Entkommen Sie, Zwangsvollstreckung und anderen Zwangslagen, legal und garantiert. Bloß raus hier! Geht Ihnen dieses Stoßgebet über die Lippen, wenn es in Ihrem Leben mal wieder knüppeldick kommt? Seien es Gerichtsvollzieher, Gläubiger, Ex-Partner und andere Quälgeister, die Ihnen bedrohlich eng auf die Pelle rücken und Ihnen das Leben zur Hölle machen? Ja, dann ziehen Sie doch endlich die Reißleine. Schnell, legal, mit garantierter Sofortwirkung. Denn selbst dann, wenn Sie zum Beispiel hohe Schulden plagen, haben Sie jedes Recht der Welt, jederzeit einen Umzug durchzuführen. Und zwar EU-weit. Das Schöne daran, sobald Sie nicht mehr unter Ihrer alten Adresse erreichbar sind, sind Sie für Gläubiger und deren Helfeshelfer quasi unsichtbar geworden. Und das durch und durch legal. Dieses Buch zeigt Ihnen, was Sie beachten müssen, wenn Sie sich auf gesetzestreue Weise ruckzuck vom Acker machen und dadurch Ihre Widersacher weichkochen wollen. Nutzen Sie diese Verschnaufpausen, um sich mit der Gegenseite clever zu vergleichen. Dieses Buch, Weiße Weste durch Umzug, hilft Ihnen, sich durch einen legalen Umzug clever und schnell aus jeder Schusslinie zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank.